Hey Leute, jetzt steht es fest, ich werde auf dem Fun-Kinder-Festival in Hannover singen. Das ist der Sonntag, der 14. Juni. Ich würde mich total freuen, wenn vielleicht ein paar von euch vorbeikommen würden. Danach gibt es natürlich auch noch eine Autogrammstunde. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann sage ich Tschüss.